Diese spanische Reserve stammt von alten Reben. Der Ertrag an Trauben ist dadurch niedrig, die Konzentration in der einzelnen Traube aber sehr hoch. Mühsam wurden diese von Hand gelesen und dann auf schnellstem Wege in kleinen Kisten in die Kellerei gebracht. Dort wurden sie nochmals selektiert und für rund 20 Monate in Berix ausgebaut. Viel Aufwand, doch es hat sich gelohnt. Der Wein ist komplex, fleischig und tempranio-typisch feinwürzig. Ein grandioser Spanier, den Sie lieben werden.